You've got a friend in me. Wow, das ist ja der Wahnsinn hier. Wollte Buzz uns nicht hier treffen? Vielleicht ist er aufgehalten worden. Hey, Astro Boy, hier oben. Wenn du glaubst, du bist jetzt hier der Hauptgewinn, liegst du voll daneben. Sowas von. Hilf mir hier raus. Ich helf dir gern. Mit meinem Fuß. Beider Bum. Ja, dir gefällt dir das, du Angeber. Oh ja, bis zur Unendlichkeit und noch viel härter. Bum. Läuft bei dir. Im Weltraum hätte ich keine... A Toy Story. Alles hört auf kein Kommando. Das ist Forky. Alle mal herhören. Darf ich vorstellen? Forky. Nein. Wir müssen alle gemeinsam dafür sorgen, dass ihm nichts passiert. Gleich passiert ihm was. Warum will er unbedingt in den Müll? Weil er aus Müll gemacht wurde. Nein, nein, nein. Du bist jetzt ein Spielzeug, Forky. Nein, nein. A Toy Story. Alles hört auf kein Kommando. Fragst du mich? Nein. Wow. Okay, lasst uns Forky da rausholen. Mit ner Katze werden wir fertig. Aber nicht mit der. Sieht es so in uns drin aus? Sind wir solche Weichlinge? Hey Leute, lang nicht gesehen. Hey, ohne dich war's nur halb so schön. Apropos halb. Deine bessere Hälfte liegt noch draußen. Wenn du dich mit ner Mieze anlegst, kriegst du ihre Krallen zu spüren. A Toy Story. Alles hört auf. Kein Kommando. Bunny? Bunny? Bunny! Bunny! Oh nein, wieso? Wir kriegen das schon wieder hin. Bitte tu mir das nicht an. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein.